Dein Wort über die Straße zu gehen ist ein Ausdruck von Freiheit. Freiheit ist stets mit Risiken verbunden. Die farbe gelbige Ampel greift in die innergewandtung des Menschen ein. Sie dürfen sich jetzt innerlich verbrauch einstellen loszufahren. Die größte Versklavung ist die farbe gelbige Ampel. Sie dürfen sich jetzt innerlich darauf einstellen loszufahren. Die größte Versklavung ist die farbe gelbige Ampel greift in die innere Alton des Menschen ein.